siehst du ja ich dachte der schießt an die vorbei ja schon nochmal da oben so der nach links da hatte das gleichzeit schießt schießt gerade wenn er gerade an der Tür vorbei ist dann schießt er los ich wollte das gleichzeit schießt ja aber gerade noch so dass es nicht zu versaut ich rede auch mit dem Pirates saved a long lost leader Kinhaul Pete is back he was once the source of the seven seas until he got shot in his mouth dennis dennis einfach nur dennis am ende dennis 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 warte mal lass mich kurz überlegen äh wie gehen wir ich würd sagen nach oben ne ich würd sagen nach oben ich fühl mich nicht sehr wohl hier hier könnte man Kerzen gewöhnen hier hat man Klaustrophologie ja und hier könnte man eine Glocke setzen ich hab eine ja siehst du dann setz ich ein so komm her Fetzer halt ich mal weiter auf ja und jetzt musst du deine Bruno das Spiel eigentlich mal alleine gespielt kann man das ja auch natürlich natürlich das ist doch schier möglich sein ohne mich das zu schaffen ich meine ich bin sooo hilfreich siehst du ja 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 okay jetzt obacht wir brauchen noch Leben für später das merken ja 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 puh voll wie knapp das war kann man den gar nicht pusten warum pusten meine ich man kann den gar nicht ups 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 du bist das ist volles geschicklichkeitsspiel du bist du klug ja oh man bist du klug ja wir haben kein Schlüssel der Schlüssel ist nicht hier wow komm wir verzichten mal auf dieses blöde grüne Ding okay Aber ist da unten kein Schlüssel? Da unten ist ein grüner Kristall. Nur das? Oder Diamant. Nur das. Wir müssen nochmal zurück, ja. Sehr cool. Ich dachte, ich wäre du. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich spiele seit Jahren immer nur Max. Karo und Igo sind eins. Ey, warte, ich lass mich jetzt schon mal wieder sterben. Ja, mach mal. Voll schieb eigentlich, aber... Geht schon. Kontakt, bin ich wieder dabei. Ich dachte, die Türe nur einzeln. Ich hab noch keine Theorie gefunden, die alle gleichzeitig zu öffnen sind. Das geht glaube ich auch gar nicht. Aber darum müsste man mal arbeiten. Warte mal. Lass mal dran arbeiten, ob das überhaupt geht. Nee. Ich glaube, der Aufwand ist jetzt erstmal nicht mehr. Aber warte. Okay, nimm mal den Diamanten und so. Obwohl. Eigentlich hätte es nicht gebracht. Aber wenn ich sterbe, kann ich immer wieder auf das Niveau quasi zurückkommen. Guck mal, aber zwei kriegen werden. Was ist das? Oder doch? Nein, das wird nicht sein. Was ist das? Ja. 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 Wir müssen die mitmachen. Dazu eignet es sich doch die beiden Mittleren hoch zu schießen. Ja, geh nur rechts. Äh, links. Ups. Jetzt hab ich mich kurz hier aufgemacht. Du warst echt so kurz davor und sechs lebt. Wieso hab ich plötzlich vier? Ja, wenn man runterfällt, fällt mir gleich ein. Ach so. Dann ist fünf und du warst kurz davor und sechs sagen. Oh Mann. Du bist eine glaube ich nochmal hoch. Oh, Leute gibt's ne Hapuna. Die brauchen wir. Nein. Noooo. Nicht schon wieder und jetzt haben wir keine Glocke. So ein Blödsinn. Äh, brauche ich was, wenn wir noch eine Hapuna brauchen? Ich glaub schon. Das ist aber nicht, wenn ich... Erstmal ohne Versuch. Ich will gucken, ob wir hier ne Glocke finden. Komm gegen da. Ups. Da ist ne Glocke. Ah, komm, wir wollten's doch ohne versuchen. Nein. Obwohl, muss eigentlich gehen. Wieso? Nein, ich glaube es wird nicht gehen. Also, ihr könnt's am Ende... Wir brauchen's. Könnt's gebraucht werden. Wir sollten's euch jetzt kehren. Nicht, dass wir am Ende noch viel mehr laufen müssen. Wir sind schon bald durch, Alter. Das ging schnell, oder? Joa. Hallo. Hallo. Hier ist er. Irgendlich. Hallo. Hi. Trainieren? Ich hab grad Besuch. Es geht schlecht. Kau raus bei mir. Ja. Hm, kannst du mal allein machen, oder? Ja. Ja, könnten wir vielleicht mal machen. Mal schauen. Ja, oder? Ciao. Warte mal, ich mach die Tür kurz vor, ne? Ja, mach mal. Ich hab nie gehört, dass ein Let's Player angerufen wurde. Was? Ich hab nie gehört, dass ein Let's Player angerufen wurde. Ja, die meisten haben ja weniger Freunde. Ja, ja. Geht die Theorie drauf. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass ich ein Freund hätte, aber einen schon. Warte mal. Du weißt schon, dass du mich brauchst. Nö. Doch. Zu. Jetzt drüber select. Warte mal, es geht wohl was. Mein Trick. Wenden wir den mal kurz an. Ich muss schießen. Es geht mit Gelb. Sehr gut. Wo ist Gelb? Wir können nochmal von vorne anfangen. Gelb ist B. Mann, sag doch. Sag die Playstation Tasten. Sonst ist alles. Ja, hab ich versucht. Der hat nur die Hände runtergenommen, wie du gesehen hast. Na, nur Scheiße. Okay. Komm, wir holen uns was, ja? Vielleicht. Ne, ich muss ja sowieso jetzt sterben, weil, weißt du? Warte, ich muss sterben. Warum? Weil ich null Leben hab. Ja. Moment mal. Man ist auch dem Ratsch gegangen. Weil, der Analogstick nach links geht. Trocken ist. Ja. Genau. Weißt du, der hat so einen Fehler, dass wenn du nach links machst, dann bleibt er links, weißt du? Schieß! Ja, wollt ihr? Ja, ich muss gleichzeitig eine Flammen ausweiten. Ja, lass schon mal gehen. Ja, komm rüber. Komm einfach rüber. Blöd, dass ich das schluss habe. Du standst schon dort. Ach komm, töte dich nochmal. Okay, wir sind jetzt bei dieser, in der Schatzkammer. Ich bin echt gespannt, ob Kata Carlo jetzt am Ende. Ja, dem Durf jedenfalls nicht der Mann. Ja, dem Durf jedenfalls nicht der Mann. Jetzt darf ich mir keinen Fehlzeit mehr erlauben. Fabulous hat mich angerufen. Tränieren. Der will nie allein tränieren. Nichts gegen Famous, oder? Zeigst du ihm das Video hinterher? Nein, ich mein nur. Ist ja cool, dass er mit trainieren will. Aber ich mein nur. Ne, ich hab einfach so gefragt. Ich glaub, der hat schon mal eins von uns durchgeguckt. Ich mach ja hier mit Werbung finden, oder nicht? Für Famous. Ja. Oder? Ich mein doch. So, aufsteigen. Ich frag mich manchmal, ob wir nebenan irgendwas erklären sollten. Weißt du, wie das funktioniert?